Schön, dass du wieder eingeschaut hast in einer neuen Folge hier in Minecraft. Heute geht es daran, dass wir unsere Straße wieder erweitern wollen. Wir wollen natürlich jetzt ein Friseursalon dazusetzen und der ein oder andere hat schon in der letzten Folge erkannt, wir bauen die Objekte von Lego nach. Da gibt es so richtig coole Sachen, wo die auch sage ich mal so eine schöne Straßenlänge hier haben und da gibt es noch einige Sachen, die noch dazu kamen, aber heute wollen wir erst nur das Lego Objekt bauen. Wir haben es aber leider nicht im Originalzustand, wie natürlich Lego es aufgebaut hat. In Minecraft müssen wir uns immer ein bisschen abändern. Hier haben wir auch einen funktionierenden Fahrstuhl noch mit bei und von daher würde ich sagen, fangen wir gleich mal an, reden wir nicht so lange um den heißen Brei herum, von daher Blöcke in die Hand, auf geht's! Für unseren heutigen Start holen wir uns einfach ein bisschen weißen Beton raus, brauner Zement, blauer Zement, dann ein bisschen Steintreppen, Steinblöcke, dann ein bisschen hellblauer Beton ist dabei, unsere polierte an die Siebtreppe und davon nochmal die Stufe, wie ein bisschen glatte Quatschschuhe, also wirklich diese komplett glatten, wo ihr sag ich mal hier, ja keine Karrenmustern habt. Und dann geht es erstmal ganz gemütlich los mit unserem Grundres, dabei nehmen wir jetzt erstmal unseren weißen Beton, wir werden hier immer ein paar Zwischenstellen ein bisschen freilassen. Wir fangen jetzt vorne erstmal an, ich setze mir einen weißen Beton hin, dann nehme ich mir meine polierten an die Siebtstufen und setze mir eins, zwei, drei, vier, fünf Stück dazwischen hin, dann kommt wieder unser weißer Beton, jetzt gehen wir einmal nach hinten weg, lassen einen Block frei und setzen dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Blöcke hin, dass wir hier neun Stück haben, dann gleich hinten ran setzen wir noch eins, zwei, drei, vier weitere Blöcke, einen freilassen für den Hinterausgang und dann setzen wir wieder eins, zwei, drei, vier und nach vorne nochmal drei. Eins, zwei, drei, dass wir hier so eine, ja, so eine Viererecke haben, ne, auf jeder Seite die vier Blöcke. So, hier auf der anderen Seite machen wir auch nochmal drei, dass wir hier so eine Uhr haben, dann geht es nach vorne und da müssen wir eigentlich nur von vorne ein bisschen gucken. Wir lassen einen Block frei, setzen zwei hin, haben hier noch drei Blöcke und auf der Vorderseite setzen wir mal zwei Blöcke hin und immer einen dazwischen freilassen. So, kommen wir gleich mal dazu, diese Räume zu füllen. Nehmt euren braunen Zement, hier einmal können wir jeweils zweimal unseren braunen Zement hinsetzen und auch gleich auf vier Blöcke hochziehen. Hier vorne auf unseren drei freien Stellen setzen wir auch nochmal solche Streben hin, immer, wie gesagt, auf vier Blöcke hoch. Gut, weiter geht es jetzt mit unserem blauen Zement, den nutzen wir jetzt, um die Zwischenräume zu finden. Wir werden jetzt aber vorne natürlich uns auch noch ein paar spätere Fenster reinbasteln. Das heißt, vorne setzt ihr einfach nur oben an der letzten Schicht blauen Zement hin, aber ansonsten hier auf der Rückseite könnt ihr überall den einmal platzieren. Wir lassen aber trotzdem auf der Rückseite, würde ich sagen, hinten auch nochmal ein bisschen was Platz. Und zwar hier wollen wir später auch noch ein Fenster uns rein platzieren. Machen wir auf eine Dreierbreite und zweier Höhe, damit wir unten halt eine blaue Beton reinsetzen und die letzten zwei lassen wir einfach mal so frei. Wenn wir schon mal hinten sind, könnten wir ja auch schon so ein Formas ziehen hier gleich für unsere Tür später. Da setzen wir einfach so eine Treppe einmal umgedreht hin. Da setzen wir die ja später rein. Und auf der Innenlinienseite wollen wir ja später hier auch noch das Fenster ein bisschen dicker machen. Das heißt, hier werden wir das auch gleich mal ein bisschen dicker bauen. So, wunderbar. Und können die Tür auch gleich so abschließen und auf beiden Seiten halt so eine Treppe haben. Das passt. Und bei unserer Vordertür wollen wir oben auch nochmal einmal einen blauen Beton übersetzen, dass wir hier erst mal drei Blöcke haben. Guckt gerade hier, hier können wir auch nochmal ruhig machen. Hier oben so, zack. Einmal so eine blaue Strebe mal hin, dass wir hier nur eine Dreier Blöcke haben, später für unseren Fahrstuhl hier. Und danach nehmen wir einmal weißen Beton und können jetzt hier einmal auf dem Rand überall den weißen Beton einmal lang ziehen. Weiter geht es dann natürlich jetzt mit dem nächsten Stockwerk. Dann nehmen wir jetzt unseren blauen Zement und ihr könnt jetzt auf der Vorderseite einfach mal nur an den Seiten blauen Zement hinsetzen. In der Mitte lassen wir es mal auch eine Fünferbreche frei. Da wollen wir später unser Schädel machen. Aber ansonsten könnt ihr überall woanders halt zweimal blauen Zement draufsetzen. Dazwischen auf der Vorderseite setzen wir jetzt einfach mal hellgrauen Beton. Müsst ihr euch mal kurz raussuchen. Den könnt ihr euch auch irgendwo, naja, wo wir den haben, können wir ja immer wieder auf zugreifen. Aber den wollen wir noch später nochmal ein paar Mal verbauen. Aber weil wir so viel nicht in der Hand halten können, müssen wir hier so ein bisschen hin und her zwitschen. Aber so grauen Beton setzen wir immer vorne hin. Und dann geht es gleich weiter, dass wir jetzt einen Abschluss machen von dieser Etage. Das heißt, wir setzen jetzt immer auf der Vorderseite und auf der Rückseite immer unsere Treppen hin. So, das Spiel werden wir ein paar Mal wiederholen. Und auch hier haben wir, sage ich mal, so eine kleine Vorderseite und setzt auch da nochmal eure Treppen hin. An den Seiten setzen wir dann einfach unseren Steinblock hin. Und jetzt braucht ihr nicht mit dieser doppelt dicken Wände hier nochmal extra ziehen. Das braucht ihr nicht unbedingt. Aber wer will, kann es natürlich machen. Dann setzen wir gleich das Nieselstockwerk rauf, schnappt mal euren blauen Zement und darauf könnt ihr jetzt eigentlich zwei Schichten setzen. Gleich darauf setzen wir dann eine weiße Betonreihe. Und da wieder rauf setzen wir dann nochmal zweimal unseren blauen Beton. Dann haben wir schon wieder das gleiche Spiel mit unseren Steintreppen. Die setzen wir dann hier wieder einmal schön auf der Vorderseite und dann auch wieder auf der Rückseite und auch wieder hier vorne in der Ecke hin. Und dann verbinden wir wieder die Seiten mit unseren Steinböcken. Super duper. So, gleiches Spiel nochmal. Wir nehmen wieder unseren blauen Zement und können hier drauf wieder zwei reinsetzen. Nun wiederholen wir halt so ein bisschen das Spiel, was wir hier unten haben. Das heißt, hier darauf setzen wir wieder einmal unseren weißen Zement. Aber danach setzen wir nicht nochmal zwei mal blauen Zement drauf, sondern jetzt nur eine Reihe. Weil danach können wir gleich einmal das Dach raufsetzen. Das heißt, ihr schnappt eure Steinblöcke und könnt ihr eigentlich komplett oben einmal die Fläche, die wir haben, damit zuziehen. Sobald wir oben unsere Platte raufgesetzt haben, wollen wir die auch gleich noch ein bisschen verbessern. Nehmen wir jetzt mal unsere Andesitreppen. Die platzen wir jetzt hier einmal komplett auf der Vorderseite. Wir lassen es jetzt nicht überstehen, weil wir ja an Sicherheit hier das nächste Gebäude einmal ranbauen. Und daher nehmen wir unsere Stufen und setzen die jetzt hier einmal glatt nach hinten weg. Aber lassen wir auf der Rückseite einmal überstehen. Die ziehen wir wieder zur anderen Seite weg. Auch hier lassen wir es wieder einfach glatt am Gebäude ran. Hat halt immer was dazu, dass wir hier das nächste Gebäude ransetzen. Und es könnte ja immer sein, dass es ein bisschen größer ist. Von daher brauchen wir es nicht überstehen lassen. Aber nach vorne weg lassen wir es einmal überstehen und wieder hier zur Seite. Zack. Gehen wir hier einmal glatt ran. Ne? So, dann gucken wir gleich komplett einmal auf der Vorderseite bei unseren Treppen. Und zwar platzieren wir jetzt immer im Wechsel hier einmal an die Seedblock. Und dazwischen lassen wir es einmal frei. Und auf den Blöcken setzt ihr dennoch mal eine Stufenreihe lang. Super. So, sobald wir das jetzt oben fertig haben, wollen wir jetzt dazu kommen, uns natürlich auch noch Fenster einzubauen. Wir fangen am besten immer einfach mal auf der ersten Etage hier vorne an. Da würde ich sagen, passt ja eigentlich super so ein 2x3 Fenster rein. So zwei Blöcke Platz. Das sind noch so ein 1x3 Fenster. Das sollte auch noch so passen. Und das Spiel machen wir gleich noch einmal darüber. Genau das gleiche Maß. Ein 1x3 und ein 2x3. Unten setzen wir jeweils immer unsere Quadsstufen hin und oben unsere polierten an die Seedstufen. Ne? Das hebt sich so alles hier so ein bisschen ab. Sobald wir das haben, wechseln wir gleich hier einmal zur Seite und wollen hier noch zwei weitere Balkons bauen. Sollte ich auch perfekt aufgeben, dass wir an den Seiten jeweils noch zwei Blöcke haben. Das heißt, wir machen hier so ein 2x3 Ding. Machen das jetzt aber, wenn wir jetzt hier gucken, wir wollen ja natürlich noch den Boden später reinsetzen. Der wäre ja dann theoretisch hier. Müssen wir das natürlich auf den Boden setzen. Das heißt, hier auf der Steinebene. So, machen wir oben einmal weniger. Und dann haben wir das. So, gleich spiele ich hier auch noch mal. So, müssen wir natürlich einmal gucken, wo das denn passt. Ja, auch hier perfekt auf der Steinebene, ne? Setzen wir das einmal hin. Wir können auch gleich hier einmal unseren Balkon einsetzen. Das heißt, wir setzen mal unsere Treppen an den Seiten hin. Und dann einfach dazwischen und einmal da vorne unsere Stufen hin. Und fertig ist auch hier unser Balkon, den wir hier vorne einmal ransetzen. Danach begegnen wir uns gleich mal zur Rückseite und wollen hier auch noch ein bisschen was machen. Wir fangen unten am besten an. Hier haben wir ja, sag ich mal, schon so ein Fenster. Unten halt die Stufen hin von unseren Quads und oben kommt unseren Risiedsachen hin. Und da verfeinern wir das noch ein bisschen mit ein paar Treppen. Gleich darüber wollen wir noch mal zwei weitere Fenster setzen. Und hier machen wir einfach so ein 2x3 Fenster. Ich mache mir die jetzt auch genauso gleich hier am Rand hin. Ihr könnt die auch gerne noch ein oder zwei Blöcke nach innen versetzen, wenn euch das gefällt. Aber ich habe mir das so angepasst und ich glaube, ich belasse das einfach auch dabei. Wobei wir jetzt die Fenster ja soweit schön haben hier oben, fällt uns natürlich auf, wir müssen das hier auch ein bisschen dicker bauen. Das heißt, ganz einfach, ihr müsst nur die Vorderseite und Rückseite euch natürlich so anpassen, dass sie hier bei den Fenstern halt das euch ein bisschen dicker macht. So, die Steinebene brauchen wir nicht unbedingt mitziehen. Die werden wir ja später sowieso abdecken, weil wir ja noch den Boden reinsetzen. Halt nur so, dass die Fenster ein bisschen dicker gebaut sind. Rückseite genauso. Müsst ihr euch jetzt anpassen, weil wir wollen ja später noch den Fahrstuhl uns da reinbauen. Da müssen wir eigentlich auch mal gucken, wie wir das machen. Ist eigentlich doch ganz gut, wenn wir die Fenster so halt seitlich nur lassen. Sonst haben wir ja weniger Platz denn hier in die Mitte. Wäre auch nicht verkehrt, wenn wir die uns jetzt schon mal frei hauen. Und dann machen wir eigentlich genauso wie beim Balkon einfach so ein 2x3 Ding auf unserer Steinebene hin, weil hier werden wir den nochmal extra machen. Ihr seht ja unten schon die Kiste. Den wollen wir uns nochmal extra bauen. So, dann gehen wir gleich ins nächste Stock und auch hier in der Ecke gleich einer Mauer ran und so ein 2x3 fällt. Ach ja, geht ja perfekt auf denn hier mit dem Fahrstuhl. Man sieht es ja ganz deutlich. So, aber ich würde sagen, wir wollen auch gleich den Boden einmal reinziehen und dafür nehme ich mir nochmal meinen Hellkraunbeton. Und jetzt hier ab meiner Steinschicht mache ich jetzt einfach mal beispielsweise meinen Boden rein. Ihr könnt auch hier eine andere Art nehmen vom Boden, den ihr möchtet, aber um erstmal hier überhaupt treten zu können, setze ich mir den hier einfach mal rein. Gleiches Spiel hier oben auch nochmal bei unserer Steinschicht, ne? Boden reinziehen und fertig. Ihr könnt euch natürlich immer noch die Decke ein bisschen anders verkleiden, wenn ihr wollt. Ich habe später, sag ich mal, hier mir eine Steindecke reingebaut, weil ich ja hier drüber, oder, müssen wir mal fliegen, ja auch hier eine Steindecke drin habe, ne? Dann passt das so ein bisschen. Aber na gut, dann sind wir mit diesen Blöcken erstmal wieder durch. Für die nächsten Arbeiten holen wir uns dann einfach ein bisschen rote Wolle raus. Weiße Wolle ist dabei. Schwarzeichenzauntor. Davon auch bitte den Zaun. Denn steinzige Mauer holen wir uns raus. Trichter sind dabei. Polierte Schwarzsteinziegelstufen. Und polierte Schwarzsteintreppen. So, dann holen wir uns noch ein paar Seelaternen raus. Und dann geht es auch gleich los erstmal in den Seelaternen. Denn die wollen wir eigentlich nur vorne einmal platzieren bei unserem Friseurladen. Dass die hier einfach so eine Beleuchtung darstellen. Nehmt ihr dann einfach die Mauern und setzt die noch darunter. Bei den Mauern könnten wir auch gleich noch unsere Schornsteine oder Regenrohre basteln, eher gesagt. Die setzen wir jetzt hier einfach neben unserem Fahrstuhl einmal hin. Drei Stück. Darauf dann einen Trichter. Und an den Trichter machen wir einfach solche Trichter. Oh, man muss aber treffen können hier so. Dass die Trichter ineinander laufen. Das sag ich mal, das Rohr so gebildet ist, dass es zur Seite geht und das Abwasser nach unten lässt. Danach könnt ihr einfach auch die Mauer nehmen und die dann hier einfach seitlich noch einmal komplett hier hochziehen. Bis hier, na, nicht komplett ist nach oben. Denn da wollen wir auch wieder, ja wir bauen wieder ein bisschen logisch, einen Trichter ran. Und da könnt ihr dann zur Seite nochmal unsere Stufen einmal hinsetzen. So, auf der Vorderseite können wir auch nochmal ein paar Stufen hier dazwischen hinsetzen. Und ich würde sagen, polierte schwarze Treppen setzen wir dann da einmal da runter. So, zu unserem Regenrohr. Auf der anderen Seite wollen wir es auch nochmal machen. Auch hier könnt ihr nochmal eure Stufen langziehen. Und wenn jetzt einer meint, das ist hinten ja alles so ein bisschen glatt, dann können wir das noch ein bisschen hervorheben. Indem wir hier dann einfach auch nochmal so ein Regenrohr uns hinsetzen. So, Trichter hin und dann die Mauer, zack, einmal nach unten ziehen. Kann man immer machen, wenn man möchte. Sieht schick aus. Gut, dann geht es weiter auf der Vorderseite wieder. Hier wollen wir ein bisschen, ja sag ich mal, so ein paar Vordächer basteln. Ich nehme jetzt einfach mal meinen Zaun-Tor und setze es mir hier vorne einmal in meinen blauen Beton einmal hin. Und darüber immer im Wechsel hier rote Wolle und weiße Wolle. So, das kleines Vordach. Mache ich auch nochmal hier vorne drüber. So, drei Stücke sollten hier völlig ausreichen und auch hier einmal so im Wechsel die Wolle einmal platzieren. Wenn wir das denn haben, wollen wir noch ein bisschen beim Zaun-Tor bleiben. Und zwar möchte ich mir das hier oben einmal platzieren, so als Abtrennung vom Balkon hier, dass keiner runterfällt. An den Ecken einfach hier unsere Zäune und dazwischen natürlich das Tor einmal. Dann haben wir auch wieder das alles verbaut und holen uns wieder neue Materialien raus. Jetzt geht es weiter mit Eisengittern. Schwarzeichen-Tür. Ich empfehle die jetzt einfach mal für den Laden, weil das ganz gut passt. Dafür dann auch nochmal die passende Treppe. Dann holen wir uns noch ein bisschen Eisentür raus, für die Hintertür. Eine Kessel holen wir uns raus. Halt der Grau-Beton habe ich jetzt mal aufgelistet, aber ich glaube den haben wir jetzt überall schon verbaut. Aber ich nehme den einfach mal mit. Dann holen wir uns noch ein paar Glasscheiben raus. Ich empfehle euch Grau und, ähm, ups. Was ist das hier? Türkis. Aber ihr könnt auch gerne Hellblau nehmen. Also Grau und Türkis oder Hellblau, was euch so ein bisschen gefällt jetzt für den Friseurladen, ne? Ja, und dann verbauen wir auch gleich erstmal das Glas, dass es schon mal weg ist. Ich nehme jetzt die hellgrauen Glasscheiben jetzt unten für den Laden. So, und wenn ich Laden sage, meine ich auch hier einmal die Rückseite, könnt ihr gerne hier das Graue nehmen. Und für den Rest, was wir natürlich oben einmal haben, so, auflegen wir da oben, setzen wir natürlich unsere Glasscheiben hier von der anderen Farbe einfach mal ein, weil das sind ja, sag ich mal, hier unsere Apartments. Und ich finde das ganz schick, ne? Man kann natürlich auch Glaswirken nehmen, wenn einem das besser gefällt, aber ich finde, die Glasscheiben sieht das einfach ein bisschen besser aus, weil die ja, sag ich mal, so eingebuchtet sind. Und bei unserem Fahrstuhl würde ich jetzt keine Glasscheiben machen, setze da einfach so eine kleine, ja, Eisengitterstrebe hier einfach mal hin. So, das wollen wir natürlich auch nochmal hier im oberen Stockwerk nochmal alles platzieren. So, den Fahrstuhl natürlich auch, wunderbar. Den, wie gesagt, bauen wir dann gleich als nächstes. Aber vorab müssen wir unsere Blöcke hier verbauen und da fangen wir jetzt gleich mal mit den Türen an. Ja, vor der Tür, ganz klar, setzen wir einmal rein. Und hinter der Tür wollen wir natürlich auch einmal reinsetzen. Da nehmen wir dann die Eisentür, macht sie da hin, macht sie da hin, kann es euch überlassen. So, gucken wir nochmal, dass wir nichts vergessen. Hier unter meinem Fahrstuhl setzen wir auch nochmal ein paar Gitter rein. Und auf der Rückseite nehmen wir mal den Kessel und ich dachte mir einfach hier hinten, könnte ja so ein Regenrohr sein. Ein Regenfass sein, wo, sag ich mal hier, unser Regenwasser abgeleitet wird. Schön im Fass, dann geht es nicht so verloren und wir haben noch was. Auf der Rückseite habe ich noch so die Idee, dass wir hier noch eine Mülltonne uns hinbasteln können. Die Farbe ist ja ganz euch überlassen. Bei mir wird sie jetzt einfach mal rot werden. Und dann formen wir uns einfach so ein abstehendes Tee jetzt hier vom Gebäude. So, darüber setze ich mir nochmal so eine Dreierschicht. An den Seiten setze ich mir jetzt meine Schleifsteine einmal rein. An der Seite auch das gleiche Spiel, dass wir hier unseren Schleifsteiner einmal platzieren. Soweit wir den hier haben, können wir noch ein paar Griff an die Mittonnebrunnen bringen. Ist der Stoibertrag immer ganz gut geeignet. Und als Klappe nehmen wir natürlich ein paar Eisenfalltüren. Ihr könnt auch gerne andere Sachen nehmen, wenn ihr wollt, aber ich finde die ganz passend. Dann haben wir auch ein bisschen Deko schon mal geschafft. Und jetzt wollen wir natürlich noch zu unserem Fahrstück kommen. Aber gucken wir mal, ist hier noch was drin? Nö, die ist schon mal leer, aber die ist noch voll. So, alles in der Hand. Wir bauen einen klassischen Lohrenfahrstuhl, weil der einfach ganz einfach geht. Und wir uns da nicht so mit den Commands beschäftigen müssen. So, wie funktioniert das? Also, wir nehmen uns jetzt irgendeinen Block. Ich nehme jetzt einfach meinen grauen Beton, weil ich den einfach ganz schick finde. Und zwar möchte ich jetzt gerne, dass ich hier nach oben komme. So, einmal kurz demonstriert. Zuerst geht es natürlich los mit einer Leiter. So, dann mache ich hier einfach meine nächste Schicht. Da setzen wir uns dann einfach mal eine Lore hin. Die Lore bauen wir ab. Blup. Die fällt dann auf die Leiter rauf. Warte mal. So, fällt auf die Leiter rauf und wir können dann so nach oben kommen. Und so müssen wir das dann... Ja gut, dann müssen wir dann immer den nächsten Ding machen. So, hier bräuchten wir eigentlich nur zwei. Und das heißt, ich mache meine Leiter hier hin. Und darüber dann gleich hier einmal die Lore. Die fällt dann rauf. Die Lore ist dann auf der Höhe von unserer Etage. Können wir gleich mal ausprobieren, ob das alles funktioniert. Zack, zack. Zack, wir sitzen da drin. So, ja. Siehst du, da brauchen wir nur drei Lore. Wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Eins, zwei, drei. Ja, wunderbar. Passt. Und auch hier tauschen wir es nochmal aus. Schick, schick, schick. So, dann haben wir das alles schon mal verbaut. Muss ich selber noch kurz überlegen, ob uns noch irgendwas fehlt hier. Aber ich glaube nicht. Das habe ich dann auch nochmal gemacht mit den Treppen. Und dann geht es eigentlich nur noch dran, sich das ein bisschen zu gestalten. Obwohl, eine Sache fällt mir noch auf. Und zwar, ihr könnt auch, sage ich mal, hier das Rohr ein bisschen abdecken. Stufen wären ein bisschen zu hart dafür. Da nehmen wir einfach ein bisschen grauer Teppich. Und dann deckt ihr das da einfach mal ab. Dass das natürlich geschlossen ist, das Rohr. Aber ansonsten wäre das hier unser Friseurladen. Gut, die Schrift müssen wir natürlich auch noch vorne einmal heransetzen. Das Wichtigste dürfen wir natürlich nicht vergessen. Da kennt ja keiner, was es hier überhaupt ist für ein Laden. So. Einfach mal H auf Englisch. Ne, Herr. Für unseren Friseursalon mit Ausrufezeichen, dass jeder das weiß. Und falls du natürlich jetzt nicht weißt, wie man sich Buchstaben auf Bannerscrafte zur Sicherheit, ist oben in der Infobox nochmal ein Video verlinkt, dass du das ganze Alphabet beherrschst. Gut. Aber ansonsten gucken wir uns natürlich jetzt nochmal das fertige Häuschen an. Mit noch ein paar Feinheiten dran. Da fliegen wir natürlich einmal rüber zu unseren richtigen Friseursalon. Bevor wir jetzt überhaupt reingucken, gehen wir nochmal einmal kurz aufs Dach. Denn da könnt ihr jetzt natürlich auch noch ein bisschen was machen. Noch ein paar Lüftungsanlagen. So ganz einfache Dinger. Irgendwas als Deko-mäßiges hinbauen. Dass das nicht komplett kahl ist. Weil kahl sieht immer doof aus. Gut, jetzt sage ich mal hier so bei denen kann man es ruhig lassen. Aber ansonsten so, wenn ihr so eine Einbuchtung habt. Und jetzt hier auch gesagt so eine kleine Einbuchtung. Könnt ihr da gerne irgendwelche Deko-Sachen noch platzieren. Ihr seht ja, ich habe es auch ganz einfach hier gemacht. Hauptsache da ist was drauf. Gut, dann fangen wir am besten jetzt einmal unten mit unserer Tour an. Die Anne wartet ja auch schon. Hallo Anne. So, wie ein typischer Friseursalon. Man kennt es nicht. Hier haben wir so ein kleines Waschbecken für die Haare. Dann kann man es sich hier zurücklehnen und dir die Haare waschen lassen. Hier noch ein paar verschiedene Haarwaschmittel-Döschen. Hier, was man natürlich immer in so einem Salon hat. Ja, dann haben wir hier natürlich die Tüche. Ne, na was heißt Tüche? Wir haben hier mal unsere Spiegelchen. Nehmen wir denen sitzen. Und dann, na, die Schere ist auch schon passend hier. Das wird gleich die nächste Frisur bekommen. Und ansonsten gibt es hier auch noch ein paar Öle, Gele, Pipapo, um hier die richtige Frisur zu bekommen. Oh, da habe ich vergessen hier, zack, Loch zu stopfen. Hehehe. Denn ich habe hier auch noch ein paar Lampen. Hier habe ich einfach mal reingesetzt. So ein bisschen als Deko. Sieht auch nicht immer schlecht aus. Dann gucken wir auch noch einmal hinten kurz raus. Ob sich hier noch was getan hat. Eigentlich nicht. Mülltonne haben wir. Und natürlich hier unser Regenfass. Habe ich auch noch mal mit Wasser gefüllt. Also wir sehen, hier ist es schon ein bisschen voll. Könnten wir auch wieder abschöpfen. Gut. Dann wollen wir auch gleich einmal nach oben gehen. Dankeschön, Anne. Du hast einen schicken Laden hier. Dann wollen wir nach oben fahren. Und uns so ein bisschen die Häuser angucken gehen. Na, was heißt Häuser? Die Apartments. So. Ja, man kann in einem einfachen Stil sich ja eigentlich alles einrichten. Man kommt halt rein. Hier ist so ein bisschen der Flurbereich. Kannst die Jacke aufhängen. Dann haben wir gleich hier unsere offene Küche. Schlafzimmer. Man könnte auch das Bett dann auch gleich nehmen als Couch. Dann hast du gleich hier einen Tisch davor. Und fertig. Man kann natürlich auch noch gerne Lampen reinbauen, wenn man möchte. Da habe ich jetzt einfach mal hier drauf verzichtet. Weil es an sich eigentlich hell genug ist. Na, auf dem Balkon kannst du auch noch eine Pflanze dir platzieren, wenn man möchtest. Und dann geht es auch gleich hier wieder einmal zack nach oben. Und hier ist eigentlich, ja, identisches Maß. Man kommt mit dem Fahrstuhl hoch. Da hast du Flur, Küche und Wohnzimmer. Und Schlafzimmer in einen, ne? Alles drin, was man braucht. Und das wäre dann unser Friseursalon hier in der neuen Straße. Wir gucken mal, was wir als nächstes bauen. Ich habe schon so eine Idee, was ich mir hier in die Ecke baue. Aber muss man ja auch erst mal machen, ne? Gut. Aber ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Jetzt sein Friseursalon natürlich auch zu bauen. Vielleicht hast du ja auch so ein paar Ideen jetzt gekriegt, wie man ihn einrichten kann. Aber ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.